Hallo Leute und willkommen zu meinem neuen Projekt. Ja, worum geht's? Black Mirror. Ja, da haben wir einen Sekunden jetzt. Ja, Black Mirror, damals eine Reihe für den PC, zum ersten Mal erschien, 2003, in drei Teilen, jetzt neu aufgelegt. Ich bin gespannt. Viele sagen, es wäre der erste Teil nochmal neu, einige andere sagen, es wäre ein ganz neuer Teil. Ich bin ja der Meinung, es ist der allererste Teil nochmal neu aufgelegt. Ich bin gespannt, Blindspiel, zum allerersten Mal. Ich hoffe, er wird genauso gut wie die damaligen Videospielteile. Ich persönlich fand sie mega geil und habe sie auch alle durchgezockt. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Ja, schlägt etwas langsam. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, was uns erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall. Oh, es geht schon mal direkt los. Okay... Okay... Nicht mehr! Ist der Junge... Ich habe versagt, Sohn. Vergib mir. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Vergib mir. Vergib mir. Vergib mir. Ich werde dich nie wieder enttäuschen. Vergib mir. Vergib mir. Wow. Okay. Weiter geht's! Ich weiß ja nicht, von was wir verfolgt werden. Oh, zweit hier, rechts oder links? Ach, egal. Okay, wir sind nach oben. Führe mich auf dem Pfade deiner Gebote. Feigling, du hast deine Familie verraten. Du bist zu spät, du bekommst die nicht! Du bist zu spät, du bist zu spät, du bist zu spät, du bist zu spät. Wow, okay, Leute, ich hab mega Gänsehaut gerade. Du bist zu spät, du bist zu spät, du bist zu spät. Ich vermisse dich so sehr hier in Indien. Wenn meine Berechnungen stimmen und der internationale Postverkehr gut läuft, begleitet dich dieser Brief auf dem letzten Stück deiner Reise nach Schottland. Ich wage kaum etwas zu sagen aus Angst, du hältst mich für närrisch oder gar hysterisch. Dein Vater hat ein Leben lang die Geschichte seiner verkommenen Familie erforscht. Dies und seine Besessenheit für das Okkulte haben leider seinen Verstand zerrüttet. John liebte sein Elternhaus und seine Familie, aber ebenso hasste er sie und misstraute ihr. Mein Sohn, hüte dich vor den Gordens. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. In Liebe, deine Mutter. Okay. Okay. Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Aha. Okay, gut. Diese Landschaft könnte nicht unterschiedlicher zu der Indiens sein. Guter Mann, wie weit ist es noch bis zum Schloss? Wir sind fast da, Sir. Genau wie vor zwei Stunden. Das Anwesen liegt wirklich weit ab vom Schuss. Okay. Okay, okay, okay. Hm. Was haben wir denn hier noch? Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Eine Notiz über eine Bibliothek, ein Schlüssel und dazu eine Art kaputtes Spielzeug. Ob es sich überhaupt lohnt, in all dem einen Sinn zu suchen? Wir sind da, Sir. Ja, man merkt halt, das damalige PC-Spiel war ja ein Point-and-Click-Adventure und da das auf den Konsolen ja nicht so die Machart ist, muss die Spiele, äh, die Spiele, äh, die Spiele, stehe ich noch klar, die Spiele anheben, umgeändert, sag ich mal so. Ja, ich weiß, nicht so die Spiele, äh, die Spiele, äh, die Spiele. Willkommen, Mr. Gordon. Ich bin Andrew Harrison. Mr. Harrison, wie schön, Sie endlich zu treffen. Unserer Korrespondenz nach hielt ich Sie für älter. Äh, danke, Sir. Wollen wir im Inneren fortfahren? Folgen Sie mir, es ist bereits recht dunkel. Also dieses Anwesen ist natürlich schön wie eh und je. Kann man nichts sagen. Dann kommt natürlich nichts gezeigt. Man muss mir immer selbst herausfinden, wie es funktioniert. Finde ich sehr gut. Macht mir am meisten Spaß. Er ist angekommen, Milady. David. Willkommen ins Skahandu-Haus. Lady Margaret. Sehr freundlich, mich zu so später Stunde persönlich zu empfangen. Ein wahrlich beeindruckendes Gebäude. Skahandu. Ein ungewöhnlicher Name. Was bedeutet er? Ungewöhnlich, nur wenn man es nicht für nötig hielt, Gänisch zu erlernen. Es bedeutet Black Mirror House. Seit vielen Generationen ist dieses Haus im Besitz der Familie Gordon. Eine große Verantwortung. Vielleicht die größte, die ein Mensch tragen kann. Ich würde gerne mehr über die letzten Tage meines Vaters erfahren. Heute ist es schon zu spät für solche morbide Themen. Wie sehr du dort schon ähnlich siehst. Angus, bitte führen Sie Master David zu seinem Zimmer. Ja, Madam. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Dieser Ort ist recht abgelegen. Selbst für Schottland. Sehr angenehm, danke. Ich hatte das Glück, auf dem Weg hierher in einigen faszinierenden Städten Rast zu machen. Wie lange sind Sie schon juristisch tätig? Ich habe meine Zulassung jetzt seit einigen Jahren. Ich arbeite für eine Kanzlei in Edinburgh, die seit Generationen die Anwälte der Familie Gordon stellt. Ich frage Sie nur ungern, aber es ist mein Job. Können Sie belegen, dass Sie sind, wer Sie sagen? Sind Sie David Gordon, Sohn des verstorbenen John Gordon? Äh, aber natürlich. Hier, bitte sehr. Was für ein seltsamer Gegenstand. Hm, die Wahrheit sagen oder lügen? Das ist die Frage. Nicht wahr? Es hat meinem Vater gehört. Er hat es mir kurz vor seinem Tod geschickt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist es ja auch etwas, das dorthin zurückkehrt, wo es hingehört. Wie sein neuer Besitzer. Schlafen Sie gut, Master David. Ich werde meine Studien fortsetzen. Bitte folgen Sie mir, Master David. Okay, die Stelle haben wir uns angewinden. Ihr Großvater, seine Lordschaft Edward Gordon. Der Edward. Man kann es nicht leugnen. Wir sind verwandt. Jemand denkt noch an ihn. Vielleicht warst du doch nicht so grausam, wie Mutter geglaubt hat. großvater edward gordon vater hat nie von dir geredet aber mutter hat kein freundliches wort für dich übrig du warst der schlimmste von allen sagt sie sehr nett aber es wundert mich nicht nicht wirklich beeindruckend das ist das herrenzimmer aber morgen haben sie noch reichlich zeit es bei tageslicht in augenschein zu nehmen ich schätze es ist schwierig alles trocken zu halten bei dem vielen regen in der gegend sehr amüsant master david wir tun unser bestes wir sind alle nicht mehr die jüngsten ausnahmsweise geht die folge ein bisschen länger als die übliche zeit weil sie das folge das macht sie manchmal so da hat sich wegen der woher schrocken das macht sie morgen um acht zum frühstück vielen dank lady gordon nannte sie engels sehr erfreut sie kennenzulernen engels ja sie hat mich so genannt ich bin mr mckinnon mr mckinnon ja ich rate ihnen das zimmer heute nacht nicht zu verlassen tickende uhren sind nicht das schlimmste was einem des nachts in diesem haus begegnen kann wenn man sich nicht auskennt schlafen sie gut vielleicht ist da eher ein morgenmensch hey ich bezweifle dass es hier jemals angenehm warm wird ein glück dass ich dich nicht mehr herumschleppen muss mr mckinnon hat dich mit leichtigkeit gehoben ohne dieses seltsame hörtliche gesetz wegen dem ich persönlich erscheinen muss wäre ich wohl nie hierher gekommen ein scharf unter wölfen muss sie leider über den tod von john gordon informieren stopp bitte kommen sie nach schgarn du haus stopp andrew harrison anwalt stopp ich brauche bald einen neuen pass der hier füllt sich langsam dieser adrette fröhliche nüchterne mann ist nicht der an den ich mich aus kindertagen erinnere hm nicht mehr viele streichhölzer übrig ich glaube hier finden wir sonst nichts mehr ich kann kaum die hand vor augen sehen ok ok hier in so einem alten haus bleibt über kurz oder lang keine schublade leer ja man muss sich halt ein bisschen an die neue spiele technik gewöhnen aber ich werde Licht brauchen wenn ich mich hier zurecht finden will ja genau danach suche ich eigentlich alles was ich je besessen habe würde da fünfmal hineinpassen alles was ich je ich stehe auf dem kerzenleuchter verdammt kann ich aber nicht holen wo bist du schlaflosigkeit meine treue freundin ob andrew die bibliothek schon verlassen hat schlaflosigkeit 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 also ich habe die streichhölzer aber mir fehlt noch wo könntest du sein ich kann kaum die hand vor augen sehen schlaflosigkeit 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 Okay, ah, Scheinfigur, David Briggs, Mutter. Okay, Tagbuch, wow, da kann man auch so viel erzählen, erkunden sie das Schloss. Aha, okay, das finden wir dann auch schon mal. Was haben wir noch so schönes? Sonst nicht. Okay. Ich brauche eine Lampe, aber wo? Oh, alles was ich je besessen habe, würde da fünften. Ich brauche eine Lampe. Ah, ich werde Licht brauchen, wenn ich mich hier zurecht finde. Ah. Es muss doch hier einfach irgendwas... Ah. Öffnen. Teile irgendeiner Zeichnung. Ah. Interessant. Die Kerze ist fast verbraucht, aber sie dürfte noch eine Weile brennen. Ah, so ist es besser. Yay. So, schauen wir doch mal in unser Inventar. Okay, da haben wir nichts. Wo ist das? Okay. Kann man da nochmal was machen? Nein, eine Leerfahrt. Ich werde dein hochgelobtes schottisches Wasser noch testen, Vater. Später. Also, das ist die Toilette. Leer. Moment mal. Was ist das? Noch mehr Fototeile. Wow. Wo sind diese Fototeile? Okay, anscheinend habe ich immer noch nicht alle Fototeile, sonst könnte ich es ja schon irgendwie zusammensetzen, oder? Okay. 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 So, Leute. Ich würde dann auch sagen, die Untersuchung der Bibliothek und wie es im Spiel weitergeht seht ihr in der nächsten Folge von Black Mirror. Euer Erik von For You. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal.